hallo leute was geht sind wieder zurück in minecraft und gucken uns heute mal ein bisschen mehr das ganze thema den ganzen kirchen an den ganzen kirchen ist immer gut denn wir gucken uns an all the mods mit mechanism zwar haben wir den fizzle reaktor fertig gemacht und haben hier so ein bisschen waste drin aber halt ein bisschen plutonium ja gut aber polonium haben auch ein bisschen aber sonst haben wir noch nicht viel hier gemacht und die idee war jetzt hier drunter waste lager zu bauen also denke ich mal werde ich jetzt hier mit dem exchange exchange revel einen weg bauen auch vielleicht nicht so groß sondern drei damit ich genau weiß wo ich lang kann dann würde ich nämlich hier die maschinen besser bauen das waste barrel nach unten setzen und hier vielleicht noch ein haufen mehr sink drauf sind ja das können wir noch machen aber dass das dann hier so weiter geht ja dreier reihe ist in ordnung wo in der lord of call yowoo give me a moment du sprichst von functional draw nämlich an da gibt es zwei tools und zwar das linking tool damit verknüpfst du den storage controller mit den einzelnen drohen und das configuration tool das kannst du auf lock stellen wenn du dann bei einem draw bist ich bin jetzt hier bei so einem flute draw du siehst das schloss hier oben kannst du einfach mit einem rechtsklick drauf und dann verschwindet das dann kannst du da zum beispiel eine flüssigkeit reinpacken dann speichert der das und dann kannst du das wieder sperren und dann verknüpfst du das mit dem controller und so merkt er sich was für eine flüssigkeit hier drin ist jetzt nur als beispiel anhand der flüssigkeiten aber das ganze funktioniert auch mit normalen drawn du siehst der hier ist gesperrt wenn ich jetzt mal eben den hier nur auf insert only stelle und mir hier was raus holen nehmen wir dragons press die drei sachen und packt die da rein dann funktioniert das so und es wird dann auch erst voll beladen das heißt der draw wird nicht pre occupied von anderen sachen ich habe den vorher gesperrt und mit dem controller hier oben verknüpft ich hoffe damit konnte ich dir deine frage beantworten überhaupt kein problem war ja zum glück relativ einfach einfach nach okay 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 so So Okay. Oh. Und Schauffe kaputt. Und Schauffe kaputt. Oh Gott. 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 Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Funktionieren die noch? Oh ja. Gut. Dann könnten die eigentlich demnächst mal wieder rumziehen. Oh ja. Hey. Oh. 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 Okay. So. So. Okay, zwei, ich glaube, das Grün sollte richtig gut aussehen. Nice. Okay. 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 Oh 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 What the fuck Okay Damit ich Creepies bekomme Obwohl da kann ich noch ein Treat Ne So 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 So, und die Creepy habe ich. Wie kriege ich jetzt eine Iron Bee? Alter, ist das laut. Ah, ich brauche eine Ashy Mining, oh Gott. Ah, ich brauche eine Ashy Mining. 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 Ah, okay, die sollte ich vielleicht alle mal rausholen. Ah, ich brauche eine Ashy Mining. Ah, ich brauche eine Ashy Mining. Ach, ich brauche eine Ashy Mining. Ich brauche eine, äh, geschrotet. Oh! Das war's für heute. So. 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 Musik 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 Let's see. Oh. Brawn. Brawn reinhälen. 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 Funktioniert das so? Ja. Brawn reinhälen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, mohoin! Ja, ich weiß nicht, ob das von meinem Endlager ist. Oh, kleinen Moment, ich werde angerufen. Oh, mohoin! 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 Amen. Amen. Sorry. Gott. Jetzt bin ich da. Ähm. Bei mir wird der Zähler getauscht. Und das... Ups. Das musste ich einmal mit meinem Vermieter abklären. Ob das auch so richtig ist. Die hatten gerade angerufen. So. 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 Ähm, ja. So. Nee, leider nicht. Ähm, leider zahle ich meine Miete in Euro und in D-Mark würde ich es echt feiern, wenn das derselbe Betrag wäre. Oh, ich wollte Steal. Iron und Coal. Oh. Iron und Coal. Oh, ich wollte Steal. Oh. 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 Ja, viel Spaß beim Erhängen. Ich hoffe, es bleibt auch an der Leine. Und guten Abend, Manni. Ich mach ein bisschen mehr mit Bienen. Weil irgendwie funktioniert das mit den Waste Barrels nicht so gut. Oh. Oh. Spannende Musik Eins, okay. So. Wow. ULTI. Eeeh. 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 Bottom. Back Input. Okay. Fluids Top Input. Eeeh. Eeeh. Etudia. Eeeh. 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 Zitzen, Zitzen, Zitzen und Zitzen. Und Cable. 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 Oh. Und Cable. 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 Jaaa... Hahaha... Oh... Jaaa... So... Jaaa... Können wir die Chance ja gleich nutzen... Jaaa... Also... Grüne Aura gibt es und... Ach... Schön... Jaaa... 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 Wir lassen hier Bienen sterben, damit wir fortschrittliche Produktionen von radioaktivem Waste bekommen... Und die Bienen, die am Ende überbleiben, sind die, die wir dann gebrauchen können... Jaaa... Bis dato eine... Zwei... Okay... Also... Müssten wir jetzt zwei Radioactive Waste Bees haben... Oder auch nicht... Ne... Ne... Das ist noch eine normale... Die linke hier aber... Die... Die einzige, die noch da ist... Das ist eine Radioactive Waste Bee... Jaaa... Jaa, die... D più... Ha ha! So... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. War das ein Dropper? Moment. Dispenser. Wasted. This bee cannot breathe themself. Okay. This bee cannot breathe. This bee cannot breathe. Okay, also wir brauchen Cage und Roses. Äh, dear. Um, and arrows. Nerv nicht. Aber sie geben DNA? Oh ja, man könnte eine Pokey Pokey einbauen, ne? Und dann könnte man... Hm. So. Das. Speed. Oh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott sei Dank. Pipes. Gas. Äh, bottom output. Items. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Boy. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war's für heute. 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 Hey. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Schreie. so was bräuchte denn hier chemical oxidizer so was bräuchte denn hier ans είναι so was bräuchte denn hier sehr gut so was bräuchte denn hier So kriegen wir dadurch jetzt die Quest. What the hell? Okay. Okay. Wie kann ich denn in den Bearbeitungsmodus gehen? Okay. Okay. Give me a moment. Okay. 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 Und wie kann ich die abschließen? Complete instantly. Yes. Danke schön. Das ist ein sehr guter Tipp gewesen. Oh Gott. Okay. 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 Bye. Okay. 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 Haha. Ach. Hier passiert eh nix. Ja, ich sag das so einfach. Ach. Äh. Was hab ich hier? Ach. Struck. Ach. 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 Okay. Ach. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott Jetzt weiß ich, warum das Ganze nicht funktioniert hat Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So. Oh. 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 Vielen Dank. 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 Nice. Ist zwar, treat, Okay. Ah, es kommen nur zwei. Okay, passt. Oh Gott, habe ich viele. Okay. 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 So. Ähm, das bleibt dauerhaft. Du kannst mit dem Geiger, äh, nicht dauerhaft, sondern das geht irgendwann weg. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, wie das weggeht. Ähm, zum einen, wenn man jetzt einfach sieben Stunden und 52 Minuten wartet. Oder wenn die Bienen hier, äh, das essen. Genau. Aber was ich hier jetzt gerade mache, ist, ich produziere hier Radioactive Beasts. Die werden hier automatisch rausgeschmissen und die sterben dann hier und, ähm, in der Hoffnung, dass beim Tod eine Wasted entsteht. Die ich dann irgendwann nutzen kann für, äh, den normalen Wasted. So, und das Viech sammelt jetzt an dem Rohr hier und überall das Waste ein und produziert mir hier was dann da rein. Aber es ist drei. Cool. Wasted Radioactive Beasts. Mit dem Pokey Pokey, was ich hier drinne habe, kriege ich Gene. In der Hoffnung, dass dann, dass sie dann da drin bleiben. Und wie du siehst, ist die jetzt pollinated. Also die hat jetzt, ähm, gesammelt. Und liefert hier gleich dann Zeug ab, was wir dann durchwälzen können. Und hiermit anschließen können, wenn wir wollen. Dann produzieren wir mehr Waste. Ja, macho. Wenn das dann später fertig ist, können wir ganz viele davon bauen. Gold. Oh. Nice. Hast du den Fusionsreaktor laufen? Ich bin mal interessiert, wie voll unser Chor schon ist. Ah, okay. Ich hab immer noch kein Prozent. Okay. Okay. Ah, okay. Wasted Radioactive. So, das kann ich nutzen, um... Chemical Oxidizer. Okay. Okay. Gas Output Items Left Input. äh äh dat j un 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 Ah, ne kleine. Ah, okay. Das erklärt es zumindest. SPS 69 69 Okay. Ja, also das Standardgebimselbausel. Ja, da ist dein Notakku, den du brauchst. Ja, da ist dein Notakku, den du brauchst. Ja, aber der kleine Ball dauert doch ewig. Ja, da ist dein Notakku, den du brauchst. 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 Ja, da ist dein Notakku. Ja, da ist dein Notakku. Ja. Ja, also machst du dann 18 Turbinen hier drumherum, nur um das Teil zu betreiben. Ups. Ja, da ist dein Notakku. 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 Ja. So, dann gucken wir mal, dass wir hier ein Zombie kriegen. So, dann gucken wir mal, dann gucken wir mal, definitiv eine sehr große Aufgabe vor dir. So, dann gucken wir mal, dann gucken wir mal, dann gucken wir mal, dann gucken wir mal, ... Aaaaaah! Untertitelung des ZDF, 2020 So 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 lol Ach, ich hab ja auch nur den Dingenskirchen an Okay Okay Das war's. Hoppala. Oops. Hoppala. 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 Haulikack. Haulikack. Okay, das war ein wenig nervig. 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 So. 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 Wow. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und was fehlt mir jetzt hier noch? Draconic, oh Gott. Vielen Dank. Wie viel Schaden mache ich da? Okay. 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 So. Impyra. Entkapsler. Entkapsler. Impyra. No, thank you, and for that, you got banned. So. So. So und so. Ja. Das ist richtig nervig. 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 Okay. Das ist richtig nervig. Und wobei erwischt. Das ist richtig nervig. Nice. Ah. Hi. Oh. Cool. Das freut mich. Oh. 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 5, 6, 18? Hehe. Ich weiß ja nicht. Lägg! Scheiße! Lägg! Oh nein. Warte! Lägg! 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 Ja, das glaube ich. Obwohl ich gucke hauptsächlich auf dem Handy oder Tablet Streams. Nein! Ja, das schon. Deswegen Tablet. Ne, da ist das meistens äh Das hört sich jetzt echt kacke an. Aber das habe ich zum Beispiel samstags immer, dass ich äh von Gott von Manni den Stream gucke während ich die Bude sauber mache. Also höhere besser gesagt. Und dann wenn komische Fragen kommen antworte ich. Ja, das geht. Also meistens läufst du parallel beim Staubsaugen. Da kann man dann wow meistens mit einer Hand saugen und dann und das geht schon. Da kann man dann Da kann man ja wie es geht? Das geht. Da kann man ja auch mal na antworte. Ja, das geht. Und dann 1 Ich versuche hier was Oh Gott Ich brauche Noch ein Zombie Moment, Alter Kann man einen beschwören? Nee Okay. Ah, Gott sei Dank. Der letzte. So, eine Z-Logic. Ey, jetzt nicht mich mobben. Okay, Slime als, oh, äh, als Charakter ist natürlich auch nice. Den hier habe ich schon seit 2013 oder 12, irgendwie sowas. Okay, das ist natürlich, äh, nervig würde ich sagen. Wo ist die Bottle of Thyme? Ah, da. Ey, zum Glück kein Crack-Tech. Das würde so viel blau hauen, äh, blau hauen, voll hauen meine ich. Oh. Oh. Das darfst du dann hier. Das darfst du dann stark. ja das auf jeden Fall und es macht wirklich Spaß das ist nochmal komplett was anderes als das normale ATM und ich kann es empfehlen muss ich sagen ich bin die äh das hier ne das ist Summoning Ritual aber Apotasia ist hier auch drinne at äh 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 Okay. ... 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 hergestellt. Aber das einzige, was ich noch empfehlen kann, was hier leider in dem Mudpack von Haus aus nicht drin ist, ist Kabeltiers oder Kabeltiers. Das habe ich mir noch runtergeladen. Ja. Damit das ein bisschen schneller alles geht. Ja. Wow. Leider habe ich hier nicht das Red. So, das Coole hier dran ist. Das sollte jetzt eigentlich alles da drinne bleiben. Es wird nicht alles verbraten. Ja, deswegen. Das einzige, was es sein kann, das Update auf 21 wurde erst später hinzugefügt. Und ich würde anfangen, relativ schnell alles in Drawn unterzubringen. Sonst können deine Festplatten volllaufen, wenn du auf dem Server spielst. wenn du auf dem Server spielst. und dann bei dem Server spielst. die 16.000 festplatten bis jetzt also extra disk hier die hier ja außer bei me da gibt es auch die größeren also bleibt nur irgendwann auf me zu gehen da 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 Bis zum nächsten Mal. Habe ich gerade alles reingeschmissen? 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 Oh, kann die in... Äh... Die ist einfach weg... Noo... Oh... Äh... Super... Noch ein weiterer Verfechter des RS, das finde ich super... Ähm... Ähm... Ja, ich glaube... Ich spiele es seit es rausgekommen ist... So, wo steht denn Playtime? Oh... Fast vier Tage... Oh... Ähm... Ja... Okay... Okay... Noch... Oh Gott... So... 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 Naja, den kannst du ja auch einfach hinzufügen. Haben wir denn wieder Wasted bekommen? Wasted? Oh ja. Oh. 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 Wow. 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 Oh Gott. Oh, wie? Also, Beizen oder Schüssel und Bits ist überhaupt nicht meins. Da dreh ich durch, muss ich sagen. Ähm, und. Bunny, das ist richtig geil. Also, Glückwunsch dazu und anscheinend kennen dich deine Kollegen richtig gut. Das finde ich mega. Das ist mega geil. Ja. Das ist mega geil. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh! ZDF, 2020 Äh, wie sah das aus? ZDF, 2020 Okay Äh, oh Gott Ja, extra Storage ist dabei, aber halt beschränkt Äh, ich spiel auf 1.0.4 Ja, also auf der aktuellen Version und ich spiel auf der anderen Version Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter, ist das laut. Noch vier Tanks DD-Fuel in Reserve oder bis du starten kannst? Ja, entweder du brauchst einen ganzen Haufen Speicher oder Draw oder andere Sachen. Du könntest auch so, ich glaube es gibt Black Hole. War das Industrial? Gab es hier nicht diese Storage Einheiten? Ah, hier. Diese Black Hole Sachen. Die könntest du natürlich nutzen. Äh, als Reserve. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. T. Ups. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Anti-Meta... Oh. ...chamais... ...bickel... Desen. ...quick blicber... ...t empire... ...matta... Du 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 ... 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 Ja, der zieht so ein bisschen was, ne? Ja, der zieht so. Ja, der zieht so. Kann der nur so viel abgeben, wie er Input hat? Ja, der zieht so. Ja, der zieht so. Ja, der zieht so. Probieren wir das mal aus. Ich glaube nicht, dass der leer ist. Ja, der zieht so. Ja, der zieht so. Ja, aber der hat ja auch Sachen gestort. Oh. Ja, der zieht so. Ja, der zieht so. Okay. Okay. Ja, meinst du, das war ein bisschen viel. Ja, der zieht so. 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 Okay. Okay, also machen wir doch den hier. Okay. 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 Ja, eigentlich eher weniger. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, dann würde ich sagen, machen wir morgen den äh, wie heißt das gleich noch? Den Fusionsreaktor. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, okay. Ja. Das ist doch cool. So. Okay. Okay. Das ist so in Ordnung. Okay. Scheiße. Ich habe doch hier... Ja. Ich glaube, es ist so... Wie hoch muss eigentlich ein Brian Tower sein? Und die Höhe... Oh, warte mal. 4x4x15. Ja... Oh, okay. 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 Nice. Cool. Okay. 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 So, two, um... Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ehm, ja. Ehm, ja. Ehm. Ja, muss leider erstmal wieder abgerissen werden. Ehm. 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 Oh ja, besonders was auch cool ist, wenn du Ultimine anhast, also Ultimine shapeless und du kannst ja, wenn du rechtsklickst, kannst du die Sachen einsammeln, wenn du dann aber noch rechtsklick gedrückt hältst und ganz schnell Shift drückst, kannst du ein bisschen schneller werden. Oh ja, also wenn du Bonemealer drauf hast, Lillipets of Fatality, dann sieht das in etwa so aus, ohne dass ich was mache. Und dann mit Shift geht das noch bedeutend schneller. Da würde ich aber raten, hier indestructible Hosts reinzusetzen, weil sonst die gehen so schnell kaputt dann. Okay, wow. Ganz schlimm ist es aber, wenn du den Fertilei drinne hast für Tiere. Dann palen die sich automatisch. Was? Ja. 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 Oh. Oh. Verdammt. Oh. 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 Oh ja, und das macht richtig Laune. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weil ich gehustet habe und mich ausgeschaltet habe. Ich honke. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte. Das funktioniert alles nicht mehr. Ich muss den Server jetzt mal neu starten. Irgendwas ist auch mit dem RF und ja. Nicht so das Beste aktuell. Ja, deswegen. Ich starte den Server neu. Gucke mal, was da so alles jetzt kaputt gegangen ist. Und werde mich jetzt gleich dann auch hinhauen. Also würde ich sagen, war es das dann für heute. Morgen 18 Uhr werde ich dann wieder am Start sein. Und dann mal gucken, was dann so weitergeht. Also ich denke mal, dass ich dann morgen den Fusionsreaktor bauen werde. Und den, äh, das Ganze. Nee, morgen ist Echo mit Money. Genau, morgen spielen wir Echo. Wahrscheinlich. Ich habe es noch nicht gefragt. Aber ja, eigentlich dann morgen eher Echo. Aber dann im nächsten Stream werde ich dann den Fusionsreaktor bauen und dann ordentlich reinjagen. Genau. Genau. Und dann bis morgen Money und Schlaf gut. Und morgen ist Echo dran. Ja, das spielen wir auch noch nebenbei. Äh, das ist, äh, ein wenig komisches Spiel. Aber ja, das genau. Das werden wir dann morgen zocken und dann Mittwoch werden wir uns dann um den Fusionsreaktor kümmern. Äh, äh, kleines bisschen. Ja, das Gute war, bei Echo habe ich das letzte Mal vor vier Jahren oder so gespielt. Nee, vor drei Jahren. Das hat echt gut gepasst. Oh Gott, ich habe da 200 vielleicht jetzt gerade. Äh, bei 2K ist das schon ein bisschen übertrieben. Ähm, also da hätte ich dann auch, äh, mich satt gespielt. Genau. Aber für heute muss ich mich hinhauen. Das ist schon halb elf. Morgen geht es um sechs wieder hoch. Ähm, ja, das wird uff. Genau. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Und, ähm, ja. Gehabt euch wohl. Danke fürs Dabeisein. Und, äh, Oh Gott, wie kann man da noch mehr? Ja, aber das Spiel macht halt Laune. Und wir haben es halt so angepasst, dass man das sehr gut im Singleplayer spielen kann. Was auch mega Laune macht. Zu zweit dann. Und, ja, das gucken wir uns dann morgen an. Also, ich wünsche euch was. Gute Nacht. Macht's gut. Danke fürs Dabeisein. Schlaft gut. Und erholt euch gut. Und dann sehen wir uns morgen 18 Uhr zu Ecke. Also, Schöriö und auf Wiedersehen. Bis denn, Antenne. Auf Wiedersehen. Ciao.